Als ein selbstloser Mann einem armen, verwaisten Wolf begegnete, wusste er, dass er schnell handeln musste, wenn er das kleine Tier vor dem Sterben bewahren wollte. Der Wolf vergaß seine freundliche Tat nie und Jahre später geschah etwas Überraschendes. Diese unglaubliche Geschichte erlebte ein freundlicher Mann namens Igor, der in einer geschäftigten Stadt in Russland lebte. Er hatte eine lange und erfolgreiche Karriere, aber als er älter wurde, wurde er der schnelllebigen Welt um ihn herum überdrüssig, also traf er eine große Entscheidung. Anstatt dort zu bleiben, wo er war, beschloss er, seine Sachen zu packen und in ein abgelegenes Dorf in der sibirischen Taiga zu ziehen. Es schien der perfekte Ort für ihn zu sein, um den Rest seines Lebens dort zu verbringen und das langsamere Tempo war eine willkommene Abwechslung. Igors Frau war bereits vor Jahren verstorben. Ihr Tod hinterließ eine große Lücke in seinem Leben, aber er musste einfach weitermachen. Ihre drei Kinder lebten und arbeiteten alle in weit entfernten Städten und fanden nur selten Zeit, ihn zu besuchen. Da lag es für Igor nahe, sich in Sibirien niederzulassen, weit weg von den Sorgen und Problemen seines früheren Lebens. Er war definitiv einsam, aber er stellte fest, dass er das Dorfleben wirklich genoss. Er gewöhnte sich an die Gewohnheiten der Dorfbewohner und fand viele Freunde. Um sich die Zeit zu vertreiben, nahm Igor die Jagd als Hobby auf. Er hatte sich schon immer dafür interessiert und es gab ihm die perfekte Gelegenheit, seiner Leidenschaft nachzugehen. Eines Tages, als er am Frühstückstisch saß, hörte Igors Schüsse. Zuerst beachtete er sie nicht und dachte, sie kämen nur von einem seiner Nachbarn, die im Wald auf die Jagd gegangen waren. Aber die Schüsse fielen immer wieder und plötzlich ja tönte ein lautes Heulen und Jaulen, als ob ein riesiges Tier angegriffen werden würde. Besorgt dachte Igor, dass es das Beste wäre, nachzusehen. Er ging in sein Schlafzimmer und zog sich warm an. Doch sobald er auf die Veranda trat, erstarrte er. Da lag ein riesiger Wolf vor ihm auf dem Boden, völlig regungslos und keine Anzeichen von Leben. Außerdem folgte eine Blutspur aus dem Wald bis hin zu Igors Veranda. Anscheinend war der arme Wolf angeschossen worden und hatte versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Doch leider war es zu spät. Doch in diesem Moment entdeckte Igor etwas, das ihn schockierte. Als er den riesigen Wolfskadaver anhob, sah er, dass sich ein winziges Jungtier an den Körper geschmiegt hatte. Es musste das Kind der unglücklichen erwachsenen Wölfin sein. Igor legte das Muttertier wieder hin, nahm das kleine Wolfskind auf den Arm und drückte es an sich. Es zitterte und schien sehr ängstlich zu sein. Igor hatte Mitleid mit dem kleinen Tier und wickelte es in eine Decke. Igor kehrte gerade rechtzeitig nach draußen zurück, um einige Jäger zu sehen, die auf den Wolfskadaver zuliefen. Sie erklärten, dass die riesige Wölfin die Jäger angegriffen hätte, als sie ihrem Jungen zu nahe kamen. Sie entspannten sich, als sie merkten, dass die Wölfin tot war. Aber sie fragten, was mit dem Jungtier passiert sei. Igor erklärte, dass es drinnen war und dass er es behalten und aufziehen wollte. Die Jäger spotteten und sagten, dass man wilde Wölfe nicht als Haustiere halten könne. Aber Igor war hartnäckig. Die Jäger zogen schließlich ab und nahmen den Kadaver des erwachsenen Wolfes mit. Igor ging ins Haus und bereitet eine Flasche Milch für das verängstigt aussehende Jungtier. Igor fütterte es alle paar Stunden und tröstete es sogar in der Nacht, wenn es wimmerte und seine Mutter vermisste. Von Tag zu Tag wurde das Junge stärker. Schließlich sah es in Igor einen Ersatzelternteil, der sich kümmerte und es beschützte. Als das Jungtier älter und größer wurde, nahm Igor es mit in den Wald, um ihm bei der Jagd zu helfen. Er lief um sein Herrchen herum, sauste in die Ferne, kam aber immer wieder zurück. Es war klar, dass der Wolf Igor sehr liebte. Das ging jahrelang so und die beiden wurden die besten Freunde, die man sich vorstellen konnte. Aber Igor wurde alt und seine eigene Gesundheit verschlechterte sich. Es fiel ihm immer schwerer, normale Dinge zu tun oder ging immer seltener auf die Jagd. Igor fing an, Dinge zu vergessen, selbst einfache Dinge und verlegte Gegenstände. Sein Gedächtnis ließ nach und er wurde immer gebrechlicher. Schließlich ging er gar nicht mehr aus dem Haus, sondern nur noch selten in den nahegelegenen Laden, um Brot, Gemüse und Tee zu kaufen. Traurigerweise begann auch der Wolf zu leiden. Manchmal vergaß Igor ihn zu füttern oder ihm überhaupt Fleisch zu kaufen. Der Wolf schaut ihn dann mit flehenden Augen an, aber er verstand nicht, was das Tier wollte. Es war eine traurige Situation. Aber zum Glück schien der Wolf irgendwie zu verstehen und gab sein Bestes, um geduldig mit Igor zu sein. Er fraß alles, was ihm angeboten wurde und versuchte nicht, zu frustriert zu sein, selbst wenn er hungrig war. Eines Abends, vor dem Schlafengehen, teilte Igor etwas Brot mit dem Wolf. Der verschlang es sofort, denn sein Magen fühlte sich immer noch recht leer an. Aber er jammerte nicht und beschwerte sich nicht. Schließlich schlurfte der Mann ins Bett, der Wolf folgte ihm, rollte sich auf dem Boden zusammen und schlief ebenfalls ein. Was keiner von ihnen bemerkte war, dass Igor das Feuer brennen gelassen hatte. Als sie schliefen, fiel ein Stück Glut vom Feuer auf einen nahegelegenen Lappen. Der ging sofort in Flammen auf und schon bald stand der ganze Raum in Flammen. Der Wolf merkte es sofort, dass etwas nicht stimmte. Sein starker Geruchssinn nahm den Rauch wahr. Er stand auf und stupste Igor an, der schlief und wimmerte und ständig zur Tür schaute, wo das Feuer wütete. Schließlich wachte Igor endlich auf, setzte sich auf, als er den Rauch bemerkte. Langsam versuchte er, aus dem Bett zu klettern, aber er merkte, dass seine alten, müden Beine nicht zurecht funktionierten. Igor rollte sich stattdessen auf die Seite und versuchte sich aus dem Bett zu ziehen, um zum offenen Fenster in Sicherheit zu krabbeln, aber er war zu schwach. Vor Schreck fiel er aus dem Bett, verletzte sich dabei noch schwer an der Schulter. Er stieß einen schmerzlichen Schrei aus und spürte, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen, als ihm klar wurde, dass das wahrscheinlich sein Ende sein würde. Doch in diesem Moment schritt der Wolf ein. Er verstand, dass Igor sich wehrte und sich nicht selbst bewegen konnte, also musste er ihm helfen und ihn retten. So wie Igor es getan hatte, als er selbst noch ein Junges war. Der Wolf packte Igor am Kragen des Schlafanzugs und begann, seinen Körper über den Boden zu ziehen. Zum Glück wog der gebrechliche alte Mann nicht allzu viel und die Aufgabe war recht einfach. Aber der dichte Rauch forderte seinen Tribut und Igor wurde ohnmächtig. Das Letzte, was er sah, waren die Augen des Wolfes, den er einst gerettet hatte, die auf ihn herabblickten. Igors Augen öffneten sich schließlich und er blinzelte und hustete verwirrt. Der Schmerz in seiner Schulter war unerträglich und sein Kopf pochte, aber er war am Leben. Was war geschehen? Wie hatte er es aus dem brennenden Haus geschafft? Ein Sanitäter kümmerte sich um den alten Mann und erklärte ihm alles. Der Wolf hatte ihn über den Boden geschleift, das Fenster mit seiner Nase weit aufgestoßen und den bewusstlosen alten Mann dann hindurchgezogen. Er hatte ihn sanft auf den Boden fallen lassen, bevor er selbst sprang. Und es war gerade noch rechtzeitig, denn die Flammen drangen im selben Moment in das Schlafzimmer ein. Igor drehte sich zu dem Wolf um, der dicht neben ihm saß und ihn mit zärtlichen Augen ansah. Igor griff mit seinem guten Arm nach oben, legte zart die Hand auf den Kopf des Wolfes und streichelte ihn. Er sagte ihm, dass er ein guter Junge sei und dankte ihm, dass er sein Leben gerettet hatte. Vielleicht wusste er, dass es noch nicht an der Zeit war zu gehen und von diesem Tag an schwor sich Igor, dass er sich immer daran erinnern würde, seinem besten Freund für seinen Schutz zu danken. Und was hältst du von dieser Geschichte? Hast du jemals von einem so zahmen und heldenhaften Wolf gehört? Wir freuen uns auf deine Meinungen unten in den Kommentaren.